wenn wir da eh schon zwei minuten stehen machen wir verkehrsüberwachung ja das ist punkt eins und punkt zwei ist dann können sie immer die kamera bedienen beziehungsweise obwohl brauchen wir gar nicht mal die kamera kommt dann im nachhinein zum einsatz ich glaube nicht dass man den vorbeifahren in dem moment direkt erfassen könnte zwölf sekunden später ja ist das gebäude hier verfolgungsjagd okay verkehrsüberwachung deswegen machen wir den scheiß